Hallo und herzlich willkommen liebe Leute des gepflegten Ballereispiels. Hier ist euer Fritz und wir sitzen hier in den Büschen auf Lighthouse und wollen den Hermitenhügel jagen. Und haben uns jetzt hier erstmal in die Büsche vercamped. Ja, um erstmal so ein paar Player vorbeiziehen zu lassen oder sich austoben zu lassen. Viel ist nicht passiert und wenn was passiert, kommt was, kommt was. Ja und du bist voll in den Busch gerannt, Alter. Sehen. Hinter dem Bus. Mit dem Stern und dem Pfeil. Sehe kein Bus. Nein, auf der Straße. Definitiv Spieler. In der Granate komme ich da nicht ran. Wenn du Richtung Tunnel schaust. Ach, ich sehe ihn ja. Ja, hinter den. Ach, den gelben. Ja, den gelben. Ich halte die Granate. Ne, da kommst du nicht hin. Da kommst du nicht hin. Natürlich. Warum nicht? Okay. Müsst du niemals hin. Na klar. Und? Negativ. Da ist er noch an dem Bus. Ja, nehme ich an. Also er kann da eigentlich nicht weg. Dann schaust du rechts und schau links. Und im Graben ist er gerade nicht garantiert. Das kann ich nicht, äh, das kann ich nicht garantieren, dass er links oder rechts weg croucht irgendwo. Er war ziemlich mittig, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe und dann hat er sich geduckt. Da kommt was, den Hügel runter, hinter ihm, sozusagen, wo die Leitplanken sind. Ist jetzt beim Bus. Ist nicht beim Bus. Ist schön, wenn du wieder schießt. Ja, ja, ich, ich, was soll ich sagen? Ja, aber warum schießt du, wenn du nicht, also, hat er uns gesehen? Nein. Ich weiß nicht, der hat genau in meine Richtung geschaut, weil der steht genau gegenüber jetzt zwischen dem gelben Bus und dem Bagger, der da steht. Lade nach. Fällt nicht beim Bagger. Also, Bus Richtung Tunnel steht ein Bagger oder so eine Planierraupe auf der... Ja, ja. Und da die Hügel hoch. Da ist er drin. Alter, du bist mega laut. Ja, wenn ich halt nichts sehen kann, dann muss ich mich ein bisschen moven. Lad mal nach. Link, Steps. Hinter uns. Irgendwie ist meine Grafik total verzerrt. Hinter dir ist ein Typ. Irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Ja. Kommt da noch was oder bist du das? Ich bin nicht gerade. Das könnte er sein, ne? Ich bin gerade noch. Ja. Ja. Lade noch. Ja. Ja. Vielen Dank. Mach mal bitte nichts. Ich glaube, der ist noch da. Du warst an dem gelben Stern. Nein, 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 der jetzt da an uns vorbeigelaufen ist. Drüben sehe ich kein Movement. Wir könnten uns natürlich zur Küstenlinie zurückziehen. Und dann nach vorne gehen und irgendwo weiter vorne die Straße rüber gehen. Ja, die Frage ist halt nicht, ob wir nicht lieber hier im Busch bleiben. Können wir auch. Kann jetzt aber nicht mehr für nichts garantieren drüben. Also ich war kurze Zeit wirklich... Wirken holt um eine Schlupe. Wirken hier doch vielleicht mal zum Beispiel schwer Superman. Wirken hier wieder. Ich weiß nicht mehr, wirken wir heute mal kurz und im Busch bleiben. Dann kann ich hier ja20开. Okay, jetzt hier wieder eininein Auf himmel. weil der jetzt hinter uns lang gelaufen ist es könnte auch der sniper von vorne gewesen sein weißt du dass er einfach irgendwelche scuffs abgefahren hat und dann jetzt schon nach draußen geht oder so so oder so irgendwo müssen wir rüber ja dann wäre halt mein vorschlag wir gehen jetzt hier eher auf links nach vorne und dann vorne irgendwo rüber am dörfer dann das loslaufen dann das wort morgen wort einmal checken ob es gab sind dass wenn die reinlaufen sehe nichts die mal links am berg vorbei oder rechts oben drüber da wirst du doch weg geholt doch von der anderen seite von den chalets dann links warte mal kurz gucken wir jetzt mal wo es dir runter kommt ja ja Okay, komm gleich hinten, wo der Moniland ist, glaube ich, oder? Du bist hinter mir und nicht über mir, richtig? Über mir und hinter dir, sowohl als auch. Alter. Du bist auch so ein Buschwindröschen. Okay. 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 Lauf weiter in die Oben Da oben wirst du weggeholt, Alter Von mir siehst du mich? Ja klar sehe ich dich, aber du bist ja nicht mein Ziel Gab es hier schon immer Wellensound? Keine Ahnung Wo bist du? Ich bin auf den Hügel gelaufen, der vor mir war Warte da oben irgendwo auf dich Ja, bin auf deiner 12 Ich bin auf den Hügel gelaufen So, wir müssen dann irgendwie rüber ins Dorf. Der ist jetzt fett, oder? Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, weil ich nicht weiß, ob die Wuchse uns noch mögen aktuell. Ich ziehe mal ein bisschen, weil es mir jetzt zu unsicher ist. Vor uns gab es ja, wahrscheinlich, er ist über den Hof gebotet. Geben wir erstmal ins Haus rein, links? Ja. Lass uns hier... Hoppala. Hab ihn. Ja, gut, dass du die Tür zumachst, Alter. Ja, das war gar nicht so gut, glaub ich. Weißt du, an welches Haus wir müssen? Ja, wir müssen vor allem noch in ein anderes Dorf, wir sind noch nicht im richtigen Dorf. Wir müssen an dieses verfallene Dorf. Aber immerhin, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann gehen wir bei Lighthouse raus, ne? Ja. Ja. Oder passt zu Shoreline, oder Lighthouse? Ja, passt zu Shoreline, ja. Ja, passt zu Lighthouse, das ist so oder so. Ich zieh mal ein bisschen. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, da können ziemlich viele Scuffs sein. Wir müssen hier in dieses Dorf. Wir können bis zu drei Scuffs spawnen, also be careful. Und vor uns, die Felsen sind auch oft mörderisch. Hier ist der Brief. Na gut, dann lass uns jetzt raus. Ja. Wollen wir überlegen, wo Pass Lighthouse ist. Ich glaub wir müssen dann dahinter. Bzw. Ich weiß gar nicht, ob wir da... Wir haben eine Shoreline. Ich glaub nicht, Leiter ist. Scheiße, wir müssen da rüber irgendwie. Die Frage ist, wo können wir raus? Also... Pass to Shoreline. Okay. Ich hab Lighthouse, hast du grad im Moment, deswegen. Oder? Pass to Shoreline. Ja. Ich glaub hier müssten wir drüber können. Ach stimmt. Ja. Pass to... Lighthouse ist quasi bei Shoreline dann. Ja. Okay. Dann macht's ja auch Sinn, ne? Ja. Ich will ein bisschen aufpassen jetzt, weil... Das letzte Mal sind wir hier gestorben, ne? Ja, hier wollen halt alle raus. Ich weiß. Das letzte Mal sind wir da gestorben. Sind wir beide von der anderen Seite gekommen. Ja, hier... Ja, hier geht's. Hier kam raus. Ja. Ist aber cool gemacht. Da drüben ist das Pulverhaus da drüben. Ist das? Ja. So, liebe Leute. Das war doch wieder super spannend und erfolgreich. Zumindest was die Quest angeht. Leider haben wir keine Abschlüsse zu verzeichnen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Raid. Oh, fett. Was? Oh, shit. Mein Sound ist weg. Nein, mein Sound ist nicht weg. Ja, Leute. Wir sind hier auf Lighthouse unterwegs. Nicht auf Lighthouse, sondern auf Streets unterwegs. Und wir wollen noch Broadcast Part 2 machen. Und beim Auto escapen. Und beim Auto escapen, ja. Jetzt weiß ich bloß grad nicht ganz genau, wo wir hin müssen. Wir sind im... Achso. Ach, hm. Sag mal ruhig. Kommt was? Wo? Vorne. Hier außen entlang. Oh, ich bin schwer verwundet. Oh, ich bin schwer verwundet. Wollte zurückziehen. Ja, ich hab gegen das scheiße Metall geschossen. Einer Minus. Hast du ihn hier erwischt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hab dann... Ich bin dann weg. Zwei Minus. Gut. Wo bist du? Im Gebüsch. Im Gebüsch. Ja, ja. Okay. Dann lass uns... Ich muss nur kurz nachladen. Warte auch. Install. Oh, scheiße. Warst du das? Ja, ja. Alter. Oh, gib mir die Pumpe. Warte. 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 Da hin. Ja. Ich glaub wir müssen da einfach gerade auslöscht laufen oder so. Fahne. Fahne. Nahrungsluf. Lass ihn durch, komm. Lass ihn durch. Lass ihn durch. Habe ich dir mal gesagt, wie geil die Auge ist. muss irgendwas zwischen zwischen kamera und dem tisch ich setze mich jetzt mal kurz hier ins eck und dann lade ich mal nach ich gehe mal hier rechts rein kann man hier raus oder weg gespringt das weiß ich nicht ehrlich gesagt aber da drüben glaube ich schon dass man ich weiß es nicht ich probiere kein risiko kein risiko da drüben dürfen wir nicht ich glaube ich wurde damals weg gespringt ich glaube wir müssen außen rumlaufen warte mal ich schaue mal auf die map streets Streets Kompass Ich bin gerade dabei zu checken Da ist jetzt nichts eingezeichnet Ich check jetzt nochmal, warte mal In einem Feld Ne, wir sollten ja eigentlich Movement? Eiko, pass auf, links von dir Hier? Achso, ne ne Richtung Haus Also Richtung wo wir herkommen Lass uns hier raus gehen Ich glaube, hier wird man nicht gesprengt Ich glaube, du darfst jetzt nur nicht links lang laufen, glaube ich Ja, ja, wir können hier durch Genau, dann gehts Ja, dann gehts Ein bisschen ziehen Das Recht auf Wir müssen nur auf die Maschinengewehre da aufpassen Wenn ich das da Ich bräuchte noch einen Scaff Vielleicht Wenn wir einen sehen Bitte, was hast du gesagt? Ich bräuchte noch einen Scaff Wenn wir einen sehen Mhm Damit ich Safety-Punker habe Auf das Gelände müssen wir auch irgendwann rauf Ja Jetzt schauen wir mal aufs Auto Ich würde sagen, wir ziehen ein bisschen Sniper-Skaffe oben Aufpassen Ist nicht da Ne Ist nicht da Ne, ist nicht da Dann lass uns weiter laufen Vielleicht ist hier vorne auf Crash-Side Wir könnten hier hinten raus Ja Oder Auch hier vorne rechts Vielleicht Ne, Damage raus Courtyard ist auch offen theoretisch, oder? Das ist Courtyard Ist hier vorne rechts Aber ne, das kann qualmen Okay Also wieder zurück Ja, vorher Dann müssen wir wieder zurück Nun hier zur Seite Wir werden Wir brauchen Wir kommen zur Seite Wann Wir brauchen eine Wir brauchen und oder halt damit staust ja das ist jetzt aber die ganz andere richtung also das heißt ganz anders nicht aber es ist weiter ist ja da hinten in der ecke was gehört also da ist noch einer das noch eine am eck am eck hinten am hause nochmal das war doch hier geradezu ok das war doch mal ein erfolgreicher abend ja leute damit haben wir broadcast part 2 abgeschlossen weil ich glaube mechanic wir verabschieden uns damit von euch bis zum nächsten mal euer fritz und fritz